So, dann starten wir. Wasserschloss. Geht's los. Dann sehen wir uns im See wieder. So, gehen wir. Gehen wir, gehen wir. Kommt keiner. Geht mal voll Schuss. Kompression. Wasserschloss. Langendreihen. Da kommt's ganz wichtig drauf an, dass man gleitet. Anfahrt, der nächste Schuss. Geht's los. 80 Stundenkilometer. Anlängsschuss. Einfach. Richtig. Gut verwischt. Klarer Sprung. Hopp. Dann gibt's nur noch eins. Vollgas. Abbi. 123 Kilometer. So. Einfach. Ziel ist. Abbi geht's. Alle Kraft mobilisieren. Rechts ansetzen. Links einig. Und dann geht's runter. Bestzeit. Herrlich war's. Ziel. Okay. Vielen Dank.